Untertitelung im Auftrag des ZDF Bravo! ZDF Bravo! ZDF ZDF Bravo! ZDF 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 Schau, 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 schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. Schau, schau. 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 Ein riesen Applaus für das Nettoi Aeropathic Team. Nichts gehen, er kann ruhig. Das war's für heute. Musik Ja, schlussendlich diese Lande, das ist da seine Kunte mit seiner Art Landeglattmitte und die Hunde 63 führt langsam aus. Landet auf seine Kunte, wieder Personal. Wunderbar, aber die ersten Hunde haben. Ja, jetzt kommt jetzt den Land anruf. Ja, nicht von der Hammer, oder? Nein, 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 nein. Ja, im Schnitttempo, sonst ist es so ein bisschen stolz auf dem Bahnhof. Danke, Alexander. Kommt zum Landen herein und der zweite begleitet ihn in den Überflächen. Jetzt stellen wir jetzt und sicher in Sanft landen. Papa, das fliegt doch gar nicht. Ja, vielen Dank, ihr zwei, für diese herrliche Vorführung. Ja, dieses herrliche, großes Gählmodell im Endanflug. Gut erreicht, Tobi, super. Herr, danke. 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 Das war's für heute. Nein, nein, nein. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Was hat man wohl schon gesagt? Ja, was... Oh Gott! Was hat man wohl schon gesagt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020